Ich schon. Und meine Mama ist ihr mal runtergefallen, jetzt ist es da kaputt. Ich spiele manchmal auf Mamas Telefon, aber auf Papas nicht, weil er hat kein Spiel. Am Tablet kann ich nicht meine Oma oder so anrufen, kann ich nicht. Also dann spiele ich die Videoschauen. Ähm, ähm, Rotas abschließen. Spiele spielen, wenn ich da Dragons hab, um die Dragons kümmern und so. Mir ist schon zweimal das Handy runtergefallen und mein Papa ist es schon mal unabsichtlich ins Klo gefallen und er hat es fast gespült. Auf dem Boden ist mir schon mal der Spaß runtergefallen. Tablet, Handy und Mamas Handy. Und ich hab's voll kaputt gemacht. Vom hinten und vom vorne. Jetzt sehen wir meine Tabletten mal runtergerutschen und dann die Fasernbogen knallt. Aber ich konnte trotzdem noch ein Videospiel machen. Videoden! Videoden! Niemals! Ich würde die ganze Welt oder ich würde ganz Deutschland oder ganz Europa, vielleicht würde ich mir auch die ganze Welt kaufen. Einen ganzen Haufen voll Kuchen. Ähm... Oh, du hast auch zu lachen. Und ein neues Kinderzimmer. Und ich vielleicht auch die ganze Welt. Oder ist die ganze Welt, das ist... Ich danke, liebe Kinderzimmer! Und ich bin aber auch zu lachen. Ich habe die ganze Welt. Ich würde mich finden, die ganze Welt für meine Mutter. Ich어가 zu euch an... Und ich bin da, ich bin da. Und ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020